Yo, was geht euer Empty von Kofi auf dem King Akku Kanal. Was geht? Ja, wünsche euch frohe Weihnachten. Ja, gut neues Rutsch dieses Jahres. Was dieses Jahr? Ne. Ja, da sind wenig Videos gekommen auf meinem Kanal. Recht selten. Dann hoffe ich mal, dass sich das ein bisschen ändert. Wir wollen irgendwie mal gucken, bei die 30 knappen oder was anderes Abonnenten Schwäche knacken. Wir versuchen nächstes Jahr richtig Attacke zu machen. Auf dem King Akku Kanal hier ein bisschen abzugehen, wie eine Streubombe. Dass wir da ein bisschen vorankommen. Und ja, wer Ideen hat für den Kanal noch, schreibt es in den Kommentaren. Ich nehme jede Idee gerne an, was es gibt. Und ich fühle das zu 100%. Wenn ihr Bock habt, checkt ihr Lieder noch aus bei Soundcloud. Eigentlich wollt ihr wieder ein paar neue Lieder hochladen. Will die auch machen. Wird wieder richtig Hardcore, wieder King Akku werden. Richtig brutaler Shit werden. Also das sind mir Lieder, die richtig durch die Nägel brennen. Und wenn ihr Ideen habt, dann sagt es einfach mal. Und ich bin jetzt im Studio komplett fertig. Und jetzt sitzt auf meinem Gaming-Stuhl gerade hinter mir. Voll gemütlich. Eigentlich sehr gemütlich. Und sie ziehen es durch. Was das betrifft. Wir wollen jetzt wieder Videos rauskloppen. Aber richtig. Wieder schauen Ringe an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.